Den guten Appen, Ellen Gurg, Ben Ammer, Los Fuddel, Lod... Ich krieg den Namen nicht auf die Ketten. ...ist mittlerweile einer irrwitzigen Updates-Politik. Updates-Politik? Es sieht ein bisschen aus wie Ken von Barbie und Ken. Neun Jahre nach Ersterscheinung des Heftes kann man, hat man, hat man, kann man. Man kann, aber man hat ja auch, ne? Thomasa Feser-Fremde. Das hier ist Podrex. Der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans. Und auch ein herzliches Thomasa Feser von mir. Letztes Mal gab es nur eine sehr kurze Folge, denn mich hatte eine Erkältung dahin gerafft. Aber jetzt bin ich wieder gesund und bringe euch wieder einen Blumenstrauß an Themen mit. Ob mir das gelungen ist, könnt ihr mir gerne auf blog.madrexicon.com mitteilen. Die Kommentare unter dieser Folge sind freigeschaltet und heißen eure Ideen und Wortmeldung herzlichst willkommen. Und auch in dieser Woche starten wir wieder mit einem kleinen Update. Dafür schalten wir rüber zu... Holgers Hausmeistererei. Danke, Tanja. Ja, was haben wir in der letzten Zeit erlebt? Gerade eben erst haben wir die 300 Abos auf YouTube geknackt. Wahnsinn. Und jetzt gilt es natürlich schnell die 400 voll zu machen. Ja, dazu geführt hat sicherlich natürlich auch, dass wir ein englischsprachiges Publikum uns jetzt erschlossen haben. Die ersten englischsprachigen Madrex-Fans sind jetzt auf unseren Kanal gekommen und haben fleißig abonniert. Echt gut. Wenn das mal bei den deutschen Zuschauern so wäre, würde das unseren Kanal echt bereichern. Da scheint es eine echte Fanbase zu geben, die im J-Nover Club oder auch über Amazon und die restlichen E-Book-Anbieter dieser Serie tatsächlich lesen. So, und weil wir natürlich gefragt wurden, ja, warum gibt es denn so einen Animationsfilm nicht auf deutscher Sprache? Haben wir uns überlegt, na dann testen wir das mal, ob die deutschen Fans auch so eifrig sind beim Kommentieren, wenn ein erster Madrex-Animationsfilm in ihrer Sprache rauskommt. Deshalb wird es zum vierten Advent eine kleine Überraschung an deutscher Sprache. Kurz darauf wird dann die siebzehnte Folge von Eardrax veröffentlicht, wieder in mehreren Teilen. Diesmal haben wir Überlänge und die siebzehnte Folge wird sogar in ganzen vier Teilen ausgestrahlt, jeweils um und bei 60 Minuten lang. Die Folge 18 ist schon in Arbeit und die Aufnahmen für die Folge 19 laufen schon auf Hochtouren. Auch da sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Und dann möchte ich hiermit noch ankündigen, dass wir das Projekt Madrex ausdehnen. Mittelfristig soll eine Mars-Karte zusätzlich zur Erdkarte entstehen, die ebenfalls zoombar ist und genauso wie die Erdkarte aktualisiert auf die aktuellen Bände will. Das war es soweit mit den News aus dem Madrexikon. Ich gehe wieder zurück zu Tanja. Nachdem wir jetzt über die neuesten Entwicklungen auf dem Stand sind, möchte ich mit euch mal wieder über etwas sehr Essentielles sprechen. Etwas, das sofort für jeden sichtbar ist, egal ob er nun Romanhefte liest oder ihn nur im Bahnhofskiosk über den Weg läuft. Lasst uns über Cover sprechen. Diese Serie ist nicht neu. Und die Hefte 1 bis 14 habe ich mit Holger bereits in Podrack 6 besprochen. Wer das nochmal anhören möchte, kann entweder auf unserem Blog zurückblättern oder schaut sich gerne das YouTube-Video in den Shownotes an zu dieser Folge. Denn damals waren wir im Bunkermuseum Basel. Das gibt es zwar nicht mehr, deswegen ist diese Folge quasi nur zum Hören und wir geben uns natürlich wieder Mühe, die Bilder so gut wie möglich zu beschreiben. Aber wer nochmal starten möchte, startet gerne mit der ersten Folge für die Hefte 1 bis 14. Das wäre Podrack 6 auf YouTube. Da das Museum nun nicht mehr verfügbar ist, in dem wir das damals aufgenommen haben, werden wir uns natürlich noch viel mehr Mühe geben, euch die einzelnen Bildelemente in den Covern verbal zu beschreiben. Wem das nicht reicht, der kann gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen und dort den Podracks genießen. Denn wir werden jedes Heft, solange wir es besprechen, dort einbinden. Lass uns also starten mit den Covern von Madrex 15 bis 18. Ja, hallo heuer. Lass uns mal heute wieder mal über die Cover sprechen. Hallo Tanja. Wir haben ja schon mal über die Cover 1 bis 14 gesprochen. Und ich glaube, in demselben Podcast habe ich unseren Zuhörenden versprochen, dass pünktlich zur Veröffentlichung von die Heiler auch die Cover-Kommentare zu den von uns veröffentlichten Hörbuchfolgen, also Projekt Eardrax, kommen. Was soll ich sagen? Wir haben jetzt schon veröffentlicht das Heft 16. Und es waren noch keine Cover-Kommentare von uns online. Wird also Zeit, das mal nachzuholen. Lass uns mal mit Heft 15 anfangen, die Heiler. Was auch das erste Heft war, mit dem wir angefangen haben, das zu vertonen. Und da sehen wir. Ja, lass uns erstmal vielleicht erzählen, was wir sehen. Also wir sehen natürlich Matt und Arula. Matt trägt Arula auf den Arm. Im Hintergrund ist ein, naja, ein solcher Mensch. Ein etwas kaputt wirkender und verschrumpelter Mensch vor dem Atomium. Die Heiler. Wie der Name schon sagt, das sind die Heiler. Mhm. Was sehen wir noch? Was ist besonders herausragend an dem Cover? Also ich muss sagen, es ist alles so sehr in Erdtönen gehalten. Und besonders witzig, finde ich, eigentlich den Gesichtsausdruck von Matt. Was ist das? Ist er gerade so Hilfe? Oder schreit er gerade nach Hilfe? Na ja, er kommt mit der Arula, mit der bewusstlosen Arula da an, in Brüssel. Und ja, Arula geht es gerade gar nicht so gut. Die hat nämlich eine Blutvergiftung, nachdem sie, ich glaube, der Aftar hat sie gebissen. Und da wurde sie ein bisschen verletzt. Und auf der Wanderung nach Großbritannien, in das ehemalige, oder Richtung Großbritannien, an die französische Küste erstmal natürlich, dabei ist sie zusammengebrochen. Und jetzt sucht er Hilfe im nahen Brüssels, im heutigen Brüssel. Ja, ich kann mich an die Hörbuchaufnahmen zu Heft 15 tatsächlich noch sehr gut erinnern. Aber auch einfach nur deswegen, weil ich erstaunlich wenig Text hatte. Ich hatte ein paar verwirrte Sätze und ein paar, ja, wie soll ich sagen, ein paar Stöhner hier und da der Erschöpfung. Aber ansonsten hatte ich wirklich sehr, sehr wenig Text, beziehungsweise Arula in dem Fall. Ja, du hattest Urlaub für die Folge. Du warst quasi, du warst die ganze Folge bewusstlos. Am Anfang und am Ende hattest du Text. Ja. Was fällt uns noch zum Cover auf? Was ich cool finde, ist auf dem Cover, man sieht wirklich sehr, sehr viel von Arulas Linien. Darf ich noch kurz was zu sagen zu Arula und viel Text und so? Oder wenig Text? Du darfst dich schon mal freuen auf die kommenden Folgen. Da gibt es dann Arula-only-Folgen. Ah, okay. Da hast du dann, da trägst du die ganze Folge. Na, mal sehen, ob ich das hinkriege. Ich denke doch. Ja, was fällt dir sonst noch so zum Cover auf? Brüste! Na ja, klar. Was haben wir da noch sonst zu sagen zu diesem Cover? Ich finde, das ist, also trotz der Tatsache, dass es irgendwie, also ich finde auch nicht, dass Matt wie Matt aussieht irgendwie schon wieder. Ich weiß nicht, meine, ich kenne ihn an diesem Anzug und den blonden Haaren, aber das Gesicht ist schon wieder, wenn ich das mit anderen vergleiche, gar nicht so Matt-mäßig irgendwie. Es ist irgendwie sehr jung und sehr ... Dieser Anzug, da muss ich dir sowieso recht geben, natürlich, der ist eines modernen Airforce-Piloten, ja eigentlich gar nicht würdig, aber das spiegelt sich auf vielen Covern wieder. Wir sehen immer wieder einen Anzug, den ich noch nie gesehen habe bei einem Piloten, nicht aus der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ob das der erste Weltkrieg-Anzug war oder so, also schon zwei Weltkriege her, keine Ahnung. Ansonsten ist, also ich finde natürlich, dass das tragende Element hier das Atomium ist. Ein etwa, ein uns bekanntes Element, das in die Zukunft um 500 Jahre versetzt wurde und jetzt schon ganz schön legiert ist, aber immer noch da. Es ist nur eine Konstante, finde ich gut gemacht. Man sieht auf jeden Fall sofort auf den ersten Blick, wo es hingehen soll in diesem Roman. Ja, es verortet das auf jeden Fall, das stimmt. Ich finde es aber sehr irritiert natürlich auch, dass das noch so steht, ne? Also es sieht ja auf dem Cover auch schon fragil aus und ich war jetzt beim Atomium noch nie live vor Ort. Ich denke, das ist stabil. Wenn man sich Fotos anguckt auf dem Internet, ja. Wirkt stabil, sagst du. Das sieht aus, als würde es 500 Jahre durchhalten, da gehe ich mit. Also mein Fazit zu dem Cover wäre, auf jeden Fall ist das alles sehr in R-Tönen gehalten und wenn ich das so anschaue, weiß ich nicht, ob mir das im Zeitschriftenladen aufgefallen wäre. Du hast es ja damals gelesen, also als du das Heft zum ersten Mal gelesen hast, hast es ja relativ nah am Erscheinungstermin gelesen. Kannst du dich an das Cover aus der damaligen Perspektive erinnern, wie du das damals gesehen hast? Prüste! Ja, ich glaube, das fasst das Cover auf jeden Fall sehr gut zusammen. Zu Heft 16, 30 Meilen unter dem Meer. Was sehen wir? Wir sehen einen Tunnel, einen Wellblechtunnel, hätte ich zuerst sogar gesagt. Dann sehen wir vorne, also auf den zweiten Blick tatsächlich eher, ist es im Hintergrund ein, ich hätte jetzt fast schon Schnauze vom Zug gesagt, stimmt aber nicht. Nein, das ist der vordere Teil eines Zuges. Der Triebwagen. Der Triebwagen, genau. Also, was sehen wir auf dem Cover? Natürlich wieder vorne, prominent im Vordergrund, Arula, die ihre nackten Brüste direkt dem Zuschauer präsentiert. Wir sehen Matt, der sich eine Machete, ein Schwert, ein Kurzschwert, ein Schwertrest auf den Rücken geklemmt hat. Dann stehen die beiden in einem, ja, in einem fast, würde ich, also von der Materialstruktur, dem, was ich auf dem Cover sehe, würde ich sagen, es ist ein Wellblechtunnel, so sieht das für mich zumindest aus. Im Hintergrund haben wir so ein grünes Leuchten und einen Triebwagen und zusätzlich auf dem Triebwagen sitzend und daneben stehend ein Haufen Terratzen. Ist das richtig? Das hast du voll und ganz korrekt zusammengefasst, ne? Ein Triebwagen eines Zuges im Eurotunnel. Okay. Dann kannst du mir vielleicht sagen, also, in Mads linker Hand sehen wir auf jeden Fall sowas wie eine Magnesiumfackel oder irgendwas in der Art. Das läuft auf jeden Fall sehr hell und sehr gelb. Eine Fackel. Ja. Und was hat er in seiner rechten Hand? Was ist das? Ist das ein Gewehr oder? Das ist ein Gewehr. Das Gewehr hat er aus den Beständen von Abdel Gurg bekommen. Abdel Gurg, damals ja als Figur für den Hexer, glaube ich, geschrieben und von Mike, unter anderem ausgedacht, hat ja hier seinen ersten Auftritt in Madrax, wurde hier rübergenommen in diese Serie, in diese damals neue Serie und durch einen Tauschhandel bekommt Mads ja dieses Gewehr. Und was hat das mit dem Stummelschwert, Schwert, Restbruchstück auf dem Rücken auf sich? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Ich sehe da kein Stummelschwert. Ich sehe da einen ganz normalen Dolch beziehungsweise so ein Buschmesser. Okay. Weil es hat ja doch schon so eine Kerbe vorne Richtung Spitze und wird dann aber einmal schmaler. Könnte auch abgebrochen sein. Könnte natürlich aber auch einfach nur ein Element sein. Vielleicht ist das die Scheide. Kann natürlich auch sein, dass die da irgendwie noch so eine Befestigungsschnipsel irgendwas hat. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall stehen sie fast knietief im Wasser. Ja, sie sind natürlich im Eurotunnel. Ja, weil sie wollen ja nach Britana, das ehemalige Großbritannien, weil sie dort wissen, dass dort Technos leben, die er ja schon in Band 10 kennengelernt hat. Zwar nur kurz, Yves Carly. Und jetzt will er den Rest besuchen gehen und gucken, wie viele es da noch gibt. Dazu gibt es übrigens bald mehr. In der nächsten Folge, ihr Drakes, geht's los. Was sehen wir noch auf dem Cover? Was ist für dich so das herausragende Element? Und sag jetzt nicht wieder Brüste. Brüste! Das war so klar. Das herausragende Element. Naja, natürlich Arula, ganz klar. Das im Hintergrund. Das ist mir damals, glaube ich, auch erst beim Lesen des Romans aufgefallen, dass das wirklich ein Zug ist und die Terratzen da, die Terratzen erkennt man jetzt nicht ganz so gut. Gut, dann lass uns mal zum Cover 17 kommen. Blick in die Vergangenheit. Wir sehen, wir sehen einen Matt, der mit zwei Büchern und seinem ollen Anzug in der Hand steht und in die Ferne späht. Und zwar in einem Raum, der durchaus eine Bibliothek sein könnte, weil da viele Bücherregale an den Wänden sind. Ganz genau. Es ist ein sehr hohes Gebäude, oben mit einer Glaskuppel, wo einzelne Lichtstrahlen offensichtlicherweise durch das Glas fallen. Sind die anderen Glasscherben etwa noch intakt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird ein Großteil des Lichts durch das riesige Spinnentier, was sich oben in der Kuppel sitzenderweise befindet, blockiert. Es sieht sehr kuschelig aus. Ich finde, diese Spinne sieht einfach sehr haarig und sehr kuschelig aus. Sieragippe, bitte. Ja, eine Sieragippe. Natürlich, eine Sieragippe. Auf jeden Fall sieht die Sieragippe kuschelig aus. Das möchte ich schon mal vorweg anmerken. Wir haben wieder so ein helles Cover, finde ich. Es ist ein ziemlich helles Cover. Es ist viel Licht zu sehen. Was sehen wir denn da aus der Perspektive der Geschichte? Ja, wir befinden uns in der British Library, würde ich sagen. Das ist der Ort, in dem sich Richard Jagger, ein Nachfahre des anderen Jaggers, des sehr bekannten Jaggers, der heutige Zeit verschanzt hat, verbarrikadiert hat und den Weltuntergang überlebt hat. Er ist eigentlich Doktor im Museum und arrangiert gerade eine Ausstellung. Und das wird aber unterbrochen durch den Kometen Christopher Floyd. So, jetzt darf ich handlungstechnisch natürlich nicht so viel verraten, denn ihr sollt ja unser Hörbuch noch hören, wenn ich jetzt die ganze Geschichte in zwei Sätzen erzähle. Der Quatsch, genau. Genau. Also passt es von der Handlungsperspektive auf jeden Fall, weil wir haben hier wieder die gute Verortung. Es ist eine Bibliothek, das ist erkennbar. Dass es die British Library ist, gut, weiß man vielleicht, wenn man schon mal da war. Ich war es nicht, deswegen kann ich das so nicht behaupten. Aber es ist auf jeden Fall ein... Also mir fehlen die Brüste auf dem Cover, muss ich jetzt sagen. Ehrlich. Also nach den letzten paar Covern, muss ich sagen, jetzt fehlen mir die Brüste. Hätten sie mal Matt blankziehen lassen sollen, ne? Ich weiß nicht, ob er so Männer-Tidies hat, aber auf jeden Fall ist es doch sehr ein... Was mich mehr irritiert an dieser Szene, ich weiß ja, ich habe die Szene ja genau vor Augen, weil wir gerade diese Szene im Hörbuch bearbeiten oder für das Hörbuch bearbeiten. Und Matt findet in diesem Lesesaal der British Library keine Bücher. Er findet einen Media Player und darauf ist alles gespeichert, auf so kleinen Kristallen und mit Hologrammen und so hat ein tolles, modernes Spielzeug. Und in der Hand hält er hier tatsächlich Bücher. Bücher, die 500 Jahre alt werden. Naja, du kannst das besser einschätzen als ich dann ja. Ja, schon, das geht schon unter optimalen Bedingungen. Und ich sage mal so, wenn jetzt nach dem Kometeneinschlag potenziell die Leute da nicht mehr ständig in der Bibliothek sind und die Bücher angrabbeln, dann das ist das, was Bücher kaputt macht, Leute, die sie angrabbeln. Aber ja, also sie könnten erhalten worden sein. So, das ist nicht unrealistisch. In der Geschichte kommt diese Szene aber so nicht vor. Er findet einen Media Player. Was ich viel unrealistischer finde, zoomen wir rein auf seine Hände. Seine rechte Hand, die die Bücher von unten stützt, sieht ganz normal wie eine große Männerhand aus. Und seine linke Hand, die auf den Büchern aufliegt, sieht aus wie eine verdörte, vertrocknete, ähm, ich weiß nicht, fast schon eine Sphäre-Hand oder so. Also es sieht aus, als hätte er zwei unterschiedliche Paar Hände. Was ist da perspektivisch passiert? Ich denke, ja, das ist die Perspektive. Ist mir jetzt nie so aufgefallen. Also ich finde es direkt, äh, auch sein kleiner Finger, aber sieht überlang aus. Ja, aber es fällt natürlich eher... Golubfinger. Match mit Golubfingern, ja. Ähm, es fällt natürlich weniger auf, wenn man sich das Cover einfach so im Ganzen anschaut. Und wir, müssen wir natürlich, ähm, dazu sagen, schauen uns die Cover nicht auf dem Heft an. Das würde ich hier zu sehr knistern und einfach das ganze Hörerlebnis einfach sehr, sehr nervig gestalten. Wir schauen es uns auf Bildschirme an. Was eben dazu führt, dass wir sehr weit reinzoomen können. Ja, auch solche Spitzfindigkeiten erkennen wie Golubfinger. Stimmungsmäßig finde ich das Bild... Auf der einen Seite finde ich es ganz witzig, dass dargestellt wird, dass ihm die Gefährlichkeit der Situation offensichtlicherweise nicht bewusst ist. Weil da oben hängt eine riesen Serregippe und er ist so... Oh ja, ich habe hier ganz verträumt ein paar Bücher gefunden. Ich werde die jetzt in meinen Lesewagen packen und auschecken. Und, ähm... Auf der anderen Seite haben wir da wieder so, äh, menschliche Skelette oben auf den Regalen liegen, die er auch scheinbar total zu ignorieren scheint. Oder ist er in Heft 17 schon so abgestumpft und so fertig mit der ganzen Situation, dass ihn das total kalt lässt? Ähm, nein, tatsächlich, eigentlich nicht. Und ich finde jetzt nicht, dass er irgendwie einen abgestumpften Eindruck hier macht auf dem Cover. Er schaut und er ist sehr wahrscheinlich erfreut auch darüber, dass sich da zeitgeschichtliche Dokumente aus, äh, der Zeit der Commutenkatastrophe gefunden haben und sich vor allem auch, äh, gehalten haben, ne, so lange Zeit. Und er jetzt endlich mal den Blick in die Vergangenheit wagen kann und erfährt, ne, wir sind ja jetzt am Anfang dieser Serie, er erfährt jetzt, was es eigentlich nach 2012 passiert. In Teilen erfährt er jetzt, wie so, äh, die Erde so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Und, äh, das ist natürlich noch nicht die ganze Wahrheit, aber ein Teil, ein Puzzlestück, äh, dieser Fragen, äh, das wird jetzt geklärt. Und, äh, da verstehe ich, dass er jetzt natürlich sich umschaut hier in dieser Library, ähm, was er da noch so alles finden kann an Informationen und da, was er noch mitnehmen kann. Meinst du, also sieht er konzentriert als abgestumpft aus? So, als würde er die Gegend so scannen, ganz aufmerksam? Ja. Ja. Ja, so finde ich das. Na gut, darauf können wir uns vielleicht einigen. Wenn du dir vorstellst oder dich vielleicht sogar daran erinnerst, wie du das Cover im Zeitungsladen wahrgenommen hast. Ähm, zu dieser Phase, naja, war das Cover für mich eher nicht so interessant. Ich weiß, dass ich sehr neugierig war auf die Technos und es war auch bekannt und es war eigentlich klar vom letzten Heft aus gesehen, dass jetzt endlich mal Geheimnisse gelüftet werden und wir Dinge erfahren. Und das hat sich hier dann auch bestätigt in diesem epischen Zweiteiler. Das kann man schon so sagen, epischer Zweiteiler trifft das echt sehr gut. Also, ähm, das Cover war mir da gar nicht so wichtig. Mir ging es hier hauptsächlich um den Inhalt. Das war hier das Wichtigste. Also hat man dich mit den ersten 15 Bubi-Covern oder 16 Bubi-Covern gut in die Geschichte gelockt und jetzt bist du dabei geblieben, obwohl keine Brüste auf dem Cover waren. Ich habe das zu dem Zeitpunkt schon sehr gesuchtet, ja. Ja. Dann lass uns mal zu dem Teil 2 des epischen Zweiteilers kommen. Die Erben der Menschheit. Und hier ist es, also spätestens hier, muss ich sagen, ist es jetzt offensichtlich, dass sie in London angekommen sind. Denn wir sehen hier die Tower Bridge, wenn ich mich nicht ganz irre. Und wir sehen die Thamesse. Dann sehen wir London, aber brennend irgendwie. Jetzt haben wir hier auch wieder den orangenen Himmel, den du vorhin schon angesprochen und vermisst hast. Und für mich sieht es aus, als würde im rechten Hintergrundbereich ein Haufen Reste-Wolkenkratzer brennen. Oder eine Mülldeponie brennen. Ja, was da nun genau brennt, das kann man sicherlich nicht mehr sehen. Aber... Aber du würdest mir recht geben, es brennt, oder? Da brennt was, ja, aber ich würde das jetzt noch nicht mal verorten, dass das direkt nach der Kometen-Katastrophe war. Sondern das können ja auch wieder mal irgendwelche Barbaren-Horden gewesen sein, die wieder irgendwas angezündet haben. Oder es sind Einschläge von diesen Kanrunen, die da verschossen werden. Wenn es denn im Jahr 2516 die London zeigt, denn... Und ich darf jetzt wieder nicht spoilern, jetzt muss ich wieder aufpassen. Tatsächlich kommt es zu einem Krieg in und um London. Und da kann schon mal was brennen. Nun, zum Thema Spoilern. Also, glaube ich, Heft 18, wo wir jetzt gerade sind bei dem Cover, da ist schon so alt, da spoilerst du gar nicht mehr so viel. Und sich dann trotzdem das Hörbuch anzuhören, obwohl man die Geschichte schon kennt, lohnt sich, glaube ich, spätestens dann, wenn man mitgemacht hat. Weil man sich ja auch mal selber hören möchte, wo man da war. Oder auch einfach, weil das, glaube ich, ein ganz anderes Genusserlebnis ist, als zu lesen. Also, es ist auf jeden Fall was ganz anderes. Und nimmt einen nochmal ganz anders an die Geschichte mit. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass dein Podcast jetzt viele Neuleser hören, quasi, die die Geschichte von Anfang an im Hörbuch verfolgen. Und sich vielleicht im Optimalfall auch schon die neuen Hefte kaufen. Aber erstmal noch bei den Hörbüchern bleiben, um den Anfang der Serie so mitzubekommen. Vielleicht den Eure-Zyklus oder so. Und dann den aktuellen Zyklus zu lesen und die restlichen zu überspringen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Würde ich auch jedem so empfehlen, diese Taktik. Ja, du bist Team Nachlesen. Was war, beziehungsweise, ja, Nachhören in dem Fall. Hat mich ja schon mal dazu geäußert. Da gebe ich dir in Teilen recht, in Teilen nicht. Und ob da jetzt Neuleser mit dabei sind, bei unseren Podcast-Hörenden, können wir natürlich nur dann rausfinden, wenn die es uns sagen. Denn die ganzen Auswertungen, die ich bekomme über Apple und Spotify, spiegeln natürlich im Moment, aufgrund der Zuhörermenge, weder euer Alter noch euer Geschlecht wider. Und schon gar nicht weiß Spotify oder Google Podcast oder Apple Podcast, ob ihr Neuleser seid oder nicht. Deswegen würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das unter blog.medrexicon.com einfach in die Kommentare zu diesem Podcast schreibt. Lass uns noch einen Moment bei diesem Cover bleiben. Ich weiß gar nicht so richtig. Also ich dachte zuerst, naja, also Cover 16 finde ich irgendwie, da sehe ich, da passiert irgendwas. Cover 15, naja, passiert auch was. Da sieht man so Handlung. Auf Cover 17 sieht man Mads, der irgendwie so, es passiert schon was. Aber auf Cover 18 brennt's. Und ich muss sagen, von all den bisher besprochenen Covern finde ich das das Langweiligste. So unterschiedlich können die Geschmäcker sein. Also man muss ganz klar sagen, das ist auch ein anderer Künstler. Hier hat nicht Kovac gezeichnet, das sieht man, denke ich mal. Aber, und ich glaube auch hier wurde das Bild, Mike mag mich da jetzt berichtigen, vielleicht schreibt ihr einen Kommentar dazu unter das Video. Ich denke mal, dass das Bild erst, oder schon da war, bevor die Geschichte geschrieben wurde. Und das so rum ausgewählt wurde, das passiert ja sehr oft bei Heftromanen. Und was man jetzt hier sieht, ist dieses Epische, finde ich, diese Tragweite. Man sieht eine postapokalyptische London-Szenerie, man sieht einen Einschlagskrater dort, einen großen, das ist auch immer sehr interessant. Ja, oder ein Regenauffangbecken. Oder ein Regenauffangbecken. Ich würde mich da nicht festlegen wollen. In London gibt's da sowas, ja, so ein Riesending. Naja, direkt neben der Temse macht natürlich wenig Sinn, aber... Genau. Also ich würde sagen, dass da ein Kometensplitter eingeschlagen ist und dieser Krater da entstanden ist. Aber das gibt die Geschichte auch gar nicht her, ist auch nicht so wichtig, da passieren ganz andere Dinge. Krieg, die Zeichen stehen auf Krieg. Findest du, dass das Cover das irgendwo rausstellt, dass es um Krieg geht? Na, man hat diesen Krieg ja auch nicht, äh, oder, ja, man wollte natürlich verhindern, diesen Krieg zu nah an die Bunker der Community rankommen zu lassen. Das heißt, der Krieg ist eher in den Vorworten entstanden. Was wäre denn dein abschließendes Fazit zu dem Cover? Geiles Cover, wie sehr oft, sehr passend, sehr dramatisch, aber auch gleichzeitig nichtssagend. Und da kann ich, äh, die Auswahl des Bildes auch vollkommen nachvollziehen. Denn wenn man hier schon eine Szene geliefert hätte aus dem Roman oder so, man hätte wahrscheinlich zu viel verraten. Denn vor dem Zweiteiler wusste man nicht, gibt's diese Technos dort wirklich in Großbritannien? Vielleicht war es ja auch alles nur eine Farce und eine Lüge oder was weiß ich. Also wenn man da schon was von den Technos gezeigt hätte, wäre, glaube ich, zu viel gespoilert worden. Ich glaube, so können wir das stehen lassen. Nächstes Mal? Zu den Cover-Kommentaren. Und vielleicht schaffen wir dann nächstes Mal, den Zyklus fertig zu kriegen. Ich will aber diesmal nicht zu viel versprechen, bevor wir es wieder nicht einhalten können. Wie angekündigt, haben wir also über die Cover 15 bis 18 gesprochen. Wir werden also noch mindestens eine weitere Podtracks-Folge brauchen, um den ersten Zyklus abzuschließen. Aber natürlich haben wir uns diese Hälfte nicht ohne Grund ausgesucht. Wer von euch die letzten Monate nicht wie Patrick Star unter einem Stein verbracht hat, kennt das McDraxicon-Schwesterprojekt Eardrax. Und auch hier im Podcast haben wir über den aktuellen Stand immer mal wieder gesprochen. Auch heute möchte ich die Gelegenheit nutzen und euch etwas mehr über den Prozess der Entstehung eines Hörbuchs erzählen. Da ja immer wieder mal gemunkelt wird, dass hier eine ganze Produktionsfirma am Werk ist. Spoiler alert! Es sind im Großen und Ganzen nur eine Person und ja, wir fangen am besten einfach mal vorne an. Im September 2009 hat Bastei Löwe damit begonnen, Madrax als vertonte Lesung zu publizieren. Neun Jahre nach erst Erscheinen des Heftes hat man konsequent mit dem ersten Titel der Serie, Der Gott aus dem Eis, begonnen. Was initial die Publikationsidee war, kann ich nicht rechtssicher belegen, aber jeder, der Ideen oder fundiertes Wissen dazu hat, kann sie mir sehr gerne und natürlich nicht nur mir, sondern auch allen anderen Zuhörenden auf blog.medraxicon.com einfach in die Kommentare unter diese Folge schreiben oder natürlich unter dem Video auf YouTube. Auf jeden Fall wurde die Lesung wohl aus Budgetgründen in verteilten Rollen eingesprochen, aber weil wegen Budget gab es eben nur zwei Männer. Ich will jetzt keinen großen Rant über Sichtbarkeit von Frauen in der Pulpkultur, deutsche Synchronsprecherinnen oder Feminismus anfangen, aber liebe Leute, klar Budget, ich weiß schon, und 2009 war auch eine andere Zeit. Und Bastei Löwe ist nun mal auch keine AAA-Produktionsfirma, schon klar. Aber zwei Männer lesen abwechselnd alle weiblichen und männlich konnotierten Charaktere? Um es mal mit den Worten einer meiner vergangenen Podcast-Gäste zu sagen. Beim Tapizieren durchaus unterhaltsam. Grüße an dieser Stelle an das Theater in Moers. Wie auch immer. Jeder, der meinen ausführlichen Rant dazu hören möchte, kann mich ja beim nächsten Chat-Drags drauf ansprechen. Nur holt euch vorher ein Reservebier, das könnte dauern. Doch egal wie viel ich persönlich aus meiner feministischen Perspektive daran auszusetzen habe, es ist die Öffnung der Serie für eine weitere Konsumform. Und die Qualität der Aufnahmen war verdammt gut. Ach, und kommt mir nicht mit, die Leute lesen heutzutage zu wenig. Ihr habt gerade selbst einen Podcast, statt auf blog.medrexicon.com die Shownotes zu lesen. Um mal beim Positiven zu bleiben. Der konsequente Beginn der Hörbücher, neun Jahre nach Ersterscheinung des ersten Heftes, eröffnete die Serie nicht nur einem neuen Konsumentenkreis, sondern erlaubte ihr vor allem auch als ein selbstständiges Produkt zu existieren. Es ist also durchaus möglich, die Hörbücher zu konsumieren, ohne etwas mit den Romanheften anzufangen. Oder um den Beginn der Serie nachzuholen, weil Madrex einem selbst erst viel später aufgefallen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere so überhaupt erst zur Serie gefunden hat. Schreibt mir doch mal in die Kommentare auf blog.medrexicon.com, wie das bei euch war. Mich würde echt interessieren, wie ihr dazu gekommen seid, Madrex zu lesen. Ach, und bevor ich das Wichtigste vergesse, der konsequente Beginn der Hörbücher mit Heft 1 bewahrt uns vor Prequels. Und wir wissen alle, das ist ein gutes Werk. Aber ich schreibe schon wieder ab. Tja, und wie es aussieht, hat Basteilöbe nach 14 Folgen nicht mehr an den kommerziellen Erfolg dieser Darreichungsform geglaubt. Und die Produktion kurzer hat eingestellt. Schade für alle, die lieber hören als lesen. Und schade für alle, die Madrex beim Joggen oder Putzen oder Tapezieren genießen wollen. Gut für alle, die Arula und andere Frauen nicht mit männlicher Stimme hören mögen. Und so passierte eine Weile gar nichts. Naja, von Seiten des Verlags eben. Aber da gab es noch dieses mysteriöse Fandom. Und das alte Basteilforum war ja weit vor meiner Madrex-Zeit. Also frage ich mal lieber jemanden, der live dabei war. Dazu schalten wir erneut rüber zu Holger. Also Holger, erzähl doch mal, wie war das damals im alten Basteilforum? Was wurde dort so zu den Hörbüchern geschrieben? Ja, das ist natürlich nach so langer Zeit schwer zu sagen. Da die Hörbücher etwa in der Gründungszeit des Madrexikons veröffentlicht wurden, kann ich mich aber noch ganz gut dran erinnern. Die überwiegende Mehrheit fand die Hörbücher, gelesen von Wolf Rass und Lennart Krüger, sehr gut und begrüßten das Format als inszenierte Lesung. Auch die eigens dafür komponierte Musik hat den meisten Leuten gefallen. Leider gab es auch einige enttäuschte Stimmen von Leuten, die lieber ein Hörspiel gehabt hätten. Im Jahr 2009 kam die Hörspielserie zu John Sinclair ja gerade mit Folge 50 Steil aus der Sonne. Und die Leute waren sehr begeistert von dieser Edition 2000. Zumindest die große Mehrheit in meiner Bubble. Ich denke mal, dass ein Problem der Madrex-Hörbücher war, dass sie direkt mit den Hörspielen verglichen wurden. Dass dieser Vergleich hinkt, ist mir natürlich klar. Bin selbst ein großer Freund von den John Sinclair-Hörspielen, aber ein Vergleich mit den Hörbüchern ist, als würde man Äpfel und Birnen vergleichen. Dann kam auch noch dazu, dass die Madrex-Hörbücher ab Folge 5 nicht mehr auf CD veröffentlicht wurden, sondern nur noch als Download auf dem damaligen Musikportal Musicload, falls das noch jemand kennt. Für einige Hörbuch-Fans ist so etwas natürlich ein No-Go. Es gibt tatsächlich noch Leute, die wollen sich eine CD, Kassette oder am besten noch eine Vinyl in den Schrank stellen. Die brauchen was zum Anfassen. Im Vergleich zu Netflix, Prime und Co. ist das Streaming von Hörbüchern und Hörspielen wohl noch nicht so ganz bei den Fans angekommen. Auch uns erreichen unter info-at-madrexicon.com in den letzten Monaten immer wieder Anfragen, ob wir die Folge 15 und 16 nicht als CD rausbringen könnten. Gerne auch sogar mal mit der Androhung verbunden, dass man ansonsten die Hörbücher lieber nicht hören will. Oh ja, ich glaube dazu wurde ja nun schon wirklich mehr als alles gesagt. Trotzdem waren damals auch noch genug Fans, die mit den Hörbüchern zu Madrex einfach zufrieden waren und nach der Einstellung dieser schon leicht traurig waren, dass es hier nicht weitergehen sollte. Es gab damals sogar schon die Idee, die Serie einfach selbst weiter zu produzieren. Im Forum hat man sich dafür durchaus ausgesprochen. Ich glaube, es gab sogar einen eigenen Thread dafür. Aber wie das immer so ist in einem Fandom. Ideen gibt es viele. Auch ein Fanfilm oder eine Fortsetzung der ebenfalls eingestellten Comics in Eigenregie wurden schon in den Raum geworfen. Oder in das Forum vielmehr. Naja, aber es braucht dann halt immer jemanden, der das dann auch einfach mal anpackt, angeht, die richtigen Leute zusammen organisiert, damit so ein Fanprojekt auch dann etwas wird. Und nicht nur bei einer Idee bleibt. Ich selbst war damals gerade dabei, das Madrexicon aufzubauen und hatte auch beruflich sehr viel zu tun, sodass ich dazu schlicht keine Zeit hatte. Also wurde die Idee zu Ian Rex schon im alten Bastailforum geboren. Und doch hat es dann auch über zehn Jahre gedauert, bis die Idee aus dem Äther des Forums trat und das dumpfe Licht eines Produktionsstudios erblickte. Wobei, ganz richtig ist das nicht, denn wie das Licht bei euch zu Hause ist, weiß ich im Einzelnen gar nicht. Aber dazu kommen wir gleich. Es fing alles damit an, dass Holger sich irgendwann mit dem Redakteur von Madrex, Michael Schönbrächer, a.k.a. Mad Mike, der übrigens der erste Gast dieses Podcasts war, zusammengesetzt hat und diese Idee zum Hörbuch weiter ausgestaltet hat. Was dann folgte, waren Verhandlungen mit Bastailübe, die schlussendlich in einem Verlag mündeten. Aber so wie man in Deutschland nicht mit anderen Leuten über sein Gehalt spricht, darf man natürlich auch nicht über Vertragsinhalte sprechen. Kurz gesagt, es ist dem Madrexicon erlaubt, die Hörbücher als Fanproduktion unkommerziell zu erstellen und allen Hörwilligen zugänglich zu machen. Übrigens soll euch das aber nicht davon abhalten, diese auch mit allen zu teilen, die noch nicht hörwillig sind. Einfach mit allen teilen, die nicht schnell genug weglaufen können. Oder ganz laut im Auto hören, aber dann Fenster runter nicht vergessen. Irgendwann war es dann aber soweit. Der Vertrag war unterschrieben und ich durfte die erfreuliche Nachricht bekannt geben. Das war übrigens im letzten Cover-Kommentare. Podrax Nummer 6. Die Info hat dann eingeschlagen, wie sei in der Zeit Christopher Floyd. Und nein, wir wurden nicht plötzlich alle dümmer, aber wir waren schon arg aufgeregt. Und so begaben wir uns mit der Unterstützung von vielen Freiwilligen daran, den Originaltext des Heftes in ein Hörbuch-Skript umzumwandeln. Claudia Kern war sehr offen für das Projekt und hat ohne viel Umschweife die Nutzung ihrer Geschichte erlaubt. Bei der Ausgestaltung der Zusammenarbeit, die ja nicht in Arbeit ausarten sollte, hat Holger von Anfang an großen Wert auf Transparenz und Kollaboration gelegt. So haben wir alle gemeinsam in einem Online-Tool, dessen Namen ich hier nicht nennen werde, weil sie mich nicht sponsoren, daran gearbeitet und haben das Skript aus der Geschichte von Claudia Kern erstellt. Dank Werbung über unsere Social-Media-Kanäle bekamen wir auch eine große Anzahl an Zusendungen, die sich um eine Sprecherrolle beworben haben. Holger hat dann die Koordination übernommen und die Rollen verteilt, vermerkt, was schon eingesprochen wurde, Sprechertexte verschickt und allen, die Fragen hatten, mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Da wurden Mikrofone eingestellt, Aufnahmen nachbearbeitet, Musik wurde extra für uns komponiert und schlussendlich alles zusammen zu einem sehr runden und gelungenen Paket geschnürt. Kenner unseres YouTube-Kanals wissen natürlich, dass wir nicht mit Madrix 15 die Heile begonnen haben, sondern mit einer Fanfiction. Aber das ist Thema für einen anderen Podcast. Wie ihr seht, war es ein durchaus langer Weg. Von der Idee im alten Bastail-Forum über Tests an Fanfiction und schlussendlich der Produktion der ersten Ear-Drax-Folge. Und dieser ganze Prozess lebt von Holgers Ambition und seiner Leidenschaft für diese Serie und all den freiwilligen Sprechern, die sich in Badezimmern und Kleiderschränken einschließen, um eine möglichst schöne Aufnahme beizusteuern. Wenn ihr auch Lust habt mitzuwirken, es gibt eine neue Anlaufstelle, die hoffentlich viel einfacher und transparenter ist. Auf blog.madrix.com gibt es jetzt ein Forum. Holger hält euch dort zu den aktuellen Entwicklungen, tages- oder auch Stunden aktuell manchmal auf dem Laufenden und ihr habt dort ganz einfach die Möglichkeit, euch für eine Rolle zu melden. Einen direkten Link dorthin findet ihr natürlich in den Shownotes oder unter dem Video auf YouTube. Na, habt ihr schon gedacht, wir sind fertig? Nein, natürlich kann ich euch nicht ohnehin eine Heftvorschau gehen lassen. Aber das nächste Heft, das, was in einer Woche nach diesem Portrax erscheint, wenn ihr den regulär zum Veröffentlichungstermin des Portrax hört, das ist der dritte Teil der Böse-Trilogie. Dementsprechend kann es sein, dass ihr es vielleicht noch nicht gelesen habt. Und deswegen möchte ich euch jetzt hier an dieser Stelle die Möglichkeit geben, wegzuschalten. Damit ihr euch nicht langweilt, könnt ihr einfach auf blog.madrix.com gehen und dort einfach nochmal einen Kommentar unter die Folge schreiben oder euch im Forum umsehen, vielleicht auf eine Sprecherrolle für E-Drags bewerben. Aber schaltet auf jeden Fall jetzt hier ab, wenn ihr keine Spoiler hören wollt. Denn hier folgt für euch ihren Rollfilm. Hallo liebe Madrix-Fans, hier ist Ian Roy Phil und die liebe Tanja von Madrixicon hat mich gefragt, ob ich für den Portrax ein paar Worte zum neuen Roman Bahn 572 zerschmettert erzählen möchte. Ja, das ist der dritte Teil der Böse-Trilogie, die ja doch für einiges Aufsehen gesorgt hat. Mike sprach ja sogar von der Mutter aller Aufreger. Ja, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich hatte die, ja, mehr oder weniger dankbare Aufgabe, den dritten Teil der Trilogie zu schreiben und das ist nicht das erste Mal, dass mir so etwas passiert. Schon mein erster Roman, Flucht von Exus, war ebenfalls der dritte Teil eines Dreiteilers und das ist immer eine kleine Herausforderung, weil, ja, also die Leserinnen und Leser haben ja dann schon eine gewisse Erwartungshaltung und der möchte man natürlich als Autor dann auch in irgendeiner Form gerecht werden. Ja, und man muss natürlich oder man möchte natürlich dann auch natürlich an die ersten beiden Bände nahtlos anschließen, was auch nicht immer so einfach ist, wenn mehrere Autoren an einer Serie mitwirken. Ja, und man möchte auch den Spannungsbogen aufrechterhalten und es am Ende natürlich dann auch dementsprechend krachen lassen. Ob mir das gelungen ist, das müsst ihr selber entscheiden. Für mich war das Schöne an diesem Roman, weil es ja nicht nur der dritte Teil eines Dreiteilers ist, sondern dieser dritte Teil knüpft nahtlos an den, ich sage es mal, Prolog-Roman die Brut an. Also dort, wo die Brut endet, dort beginnt zerschmettert. Und ich lese jetzt einfach mal einen kleinen Abschnitt daraus vor. Was treibt der Kerl hier in Miraka? Arula hatte die Augen zu Schlitzen verengt und beäugte ihren Gefährten lauernd. Woher soll ich das wissen, erwiderte Matt Mürrisch. Finden wir es heraus. Sie hatten den Funkspruch auf dem Rückflug nach Afra aufgefangen, wo sie auch den Colonel vermutet hätten. Immerhin war er der Kommandant der Spezialeinheit Darkforce, die extra für den Kampf gegen das dunkle Herz und seine Diener ins Leben gerufen worden war. Sollten wir nicht lieber weiter nach Afra fliegen? Quartol wird uns bestimmt verfolgen. Matt lachte gallig. Arulas Naivität amüsierte ihn. Wie soll er das ohne Gleiter bewerkstelligen? Und selbst wenn er einen organisieren kann, ist unser Vorsprung viel zu groß. Er wird annehmen, dass wir auf direktem Weg nach Afra fliegen. Weil er solle wissen, dass wir in Enox zwischenlanden. Oder willst du ihn zum Kaffi einladen? Er warf ihr einen herausfordernden Blick zu, doch Arula ließ sich nicht aus der Reserve locken. Stumm starrte sie durch die Cockpitscheibe, sodass er mit seinem Monolog fortfuhr. Aber ich will wissen, was Cormac hier treibt. Der ist doch nicht umsonst zurückgekehrt. Irgendwas hat der Knabe vor und wir müssen wissen, was. Du weißt, was das bedeutet? Arula nickte, zuckte im selben Moment jedoch mit den Achseln. Ihre Lippen verzogen sich zu einem freudlosen Lächeln. Er will uns doch sowieso alles erzählen. Wir sind schließlich alle Freunde. Mag sein, erwiderte Matt. Trotzdem will ich auf Nummer sicher gehen. Cormac ist ein misstrauischer Geselle. Der wird wissen wollen, was wir hier in Meraka zu suchen haben. Tatsächlich kamen sie geradewegs aus Sarb-Sisco, wo sie für reichlich Chaos unter den Hüteriten gesorgt hatten. Was auch immer Cormac vorhat, es ist bestimmt nichts Gutes, meinte Matt. Kennst du nicht das Sprichwort, dass man das Übel an der Wurzel ausrotten muss? Arula nickte zögert. Das hätte sie aber vermutlich auch dann getan, wenn sie keinen blassen Schimmer gehabt hätte. Manchmal hatte er das Gefühl, dass ihr gesamtes Wissen auf einen Bierdeckel passte. Der Ex-Commander konzentrierte sich wieder auf die bevorstehende Begegnung mit ihrem Verbündeten. Und Aran Cormac ist diese Wurzel. Sobald wir ihn eliminiert haben, ist die Dark Force nicht mal den Dreck unter deinen Fingernägeln wert. Ein Wall ausgetrockneter Dornenranken kam in Sicht, hinter dem sich eine bewaldete Ebene erstreckte. Das Parallelweltareal, dessen Mittelpunkt die Militärbasis Fort Knox bildete, in dem zu seiner Zeit die Goldvorräte der Vereinigten Staaten von Amerika gebunkert worden waren. Schon nach wenigen Sekunden lichtete sich der Wald und ging in eine parkähnliche Landschaft über, aus der sich die Festung des Feindes erhob. Eines Feindes, der sie für Bündnispartner hielt. Beim Anblick der Lafette auf dem Dach des Forsts frohlockte Matt. Sicherlich ergab sich die Gelegenheit, ihr Arsenal aufzurüsten. Man konnte schließlich nie genug Waffen haben. Dann winzelte er verwirrt und der Rula schnappte nach Luft. Auch sie hatte die Rauchsäule über dem Forr gesehen. Sieht aus, als wären sie angegriffen worden. Wir werden es gleich erfahren. Matthew Drakes öffnete den Funkkanal. Riverside an Fort Knox, befinden uns im Anflug, erbitten Landerlaubnis, over. Fort Knox an Riverside, Landerlaubnis erteilt, over and out, ertönte die knappe Antwort eines unbekannten Soldaten. Matt nickte zufrieden. Bevor er den Gleiter landete, überflog er die Basis. Längst hatte er gesehen, dass die Rauchsäule nicht aus dem Gebäude aufstieg, sondern sein Ursprung im ausgebrannten Wrack eines Großraumgleiters hatte, der vor der Basis lag. Der Ex-Commander konnte nicht erkennen, ob es sich um einen Gleiter der Dark Force handelte. Wenn, dann war Cormac jedenfalls nicht alleine unterwegs gewesen, denn hinter dem Forr parkte die Dark Force 3, neben der Matt die Riverside butterweich auf den Boden setzte. Sofort öffneten sich die Türen des Hintereingangs und mehrere bewaffnete und vermummte Soldaten strömten ins Freie. Matt und Arula kannten das Prozedere bereits. Bevor sie das vorbetreten durften, würde man ihre Augen überprüfen, ob sich darin ein Hinweis auf den dunklen Keim verbarg. Matt grinste. Nun, sie würden auch dieses Mal nicht fündig werden. Er holsterte die Pistole und vergaß auch den Laseraufsatz nicht, den er während des Fluges aufgeladen hatte. Arula verließ sich auf ihr Schwert, das in die Rückenkralle steckte. Bislang hatte niemand Anstoß daran genommen, dass sie das vorbewaffnet betraten, und auch dieses Mal durften sie Pistole und Klinge behalten. Kormak erwartete sie auf dem oberen Treppenabsatz stehend. Er trug eine sandfarbene Kamouflageuniform und ein schlichtes Käppi. Die Hände hatte er auf dem Rücken zusammengelegt. Neben ihm stand eine junge Frau mit der Figur einer Vogelscheuche, in der die viel zu weite Uniform schlackerte. Auf eine Mütze hatte sie verzichtet. Sie ahmte die Haltung des Körnels nach. Ob bewusst oder unbewusst, vermochte Matt nicht zu sagen. Zumindest bekam er jetzt einen Eindruck von den desolaten Verhältnissen, die nach dem Kampf gegen Vigitakeo im Vorherrschten. Nachdem selbst Vasra mit einigen Soldaten desertiert war, litt Kormaks Truppe unter Personalmangel. Daher hatten sie die Dark Force fast ausschließlich aus Angehörigen der WCA rekrutiert. Nachdem der Soldat, der die Prüfung ihrer Augen überwachte, dem Körnel zugenickt hatte, entspannte sich dieser. Er raunte seiner Begleiterin etwas ins Ohr. Dann schlenderte er die Stufen hinab und kam mit ausgestreckter Hand auf Matt zu. »Matthew Drax«, rief er enthusiastisch, »bist du es wirklich?« Der Mann aus der Vergangenheit zwang sich zu einem juwialen Lächeln. »Die Berichte über unseren Tod waren reichlich übertrieben.« »Das sehe ich«, Kormak klopfte ihm auf die Schulter. Arulas Begrüßung fiel etwas knapper aus. Es mochte Täuschung sein, doch Matt hatte den Eindruck, als wäre es Kormak unangenehm, Arula zu berühren. »Was ist passiert?« fragte der Körnel. »Wie seid ihr der Stadt entkommen? Und was, bei Ogudo, treibt ihr hier in Meraka?« »Wir haben da einen Funkspruch aufgefangen.« Matt deutete mit dem Kinn in Richtung der Rauchsäule, die ein Beißen in den Gestangen verströmte. »Anscheinend war hier einiges los.« Kormak nickte. »Das kannst du wohl sagen. Wir hatten ein paar Meinungsverschiedenheiten mit Stagowitz und seinen Leuten. Aber vielleicht sollten wir das drin bei einer Tasse Kaffee besprechen.« »Du liest meine Gedanken«, murmelte Matt und warf Arula einen bedeutungsschwangeren Blick zu, was Kormak aber nicht bemerkte, da er sich bereits abgewandt hatte. »Darf ich euch meine neue Adjutantin vorstellen?« »Corporeal Axinia Ivanova. Leider haben wir noch keine passende Uniform für Sie gefunden. Daher ist sie absolut vertrauenswürdig.« Sie zuckte zusammen, als hätte sie einen Stromschlag bekommen, und sanotierte. »Sir, ja, Sir. Absolut vertrauenswürdig. Sir.« »Und offenbar auch ein wenig mit Sugar«, dachte Matt. »Sehr erfreut, Corporal.« Den Arm immer noch zum militärischen Gruß gehoben, senkte Harley den Blick auf die Hand, die ihr der blonde Knabe entgegenstreckte. Sie zögerte nur eine Sekunde, ehe sie sie ergriff. Das war also Commander Matthew Drex, Smittys schlimmster Albtraum. Komisch, aber er wirkte ja gar nicht so durchtrieben, wie der Prof stets behauptete. Bei der schwarzhaarigen Barbarin im Fellbikini, die ihr ebenfalls die Hand reichte, sah da schon ganz anders aus. Harley erkannte eine Kriegerin, wenn ihr eine gegenüberstand. Und dieses Weib war eine Kriegerin. Wahrscheinlich fraß sie sogar die Herzen ihrer Opfer. »Alles in Ordnung mit Ihnen?« Die Stimme der Menschenfresserin brachte Harleys Gedankenkarussell abrupt zum Halten. Verblüfft stellte sie fest, dass sie immer noch die Hand der Barbarin schüttelte, als wollte sie ihr den Arm aus dem Schultergelenk reißen. »Was? Ja, ja, mir geht's gut. Donnerwetter, Sie haben aber einen Stamm, Bizeps.« Harley betastete mit der freien Hand Arulas Oberarm aus der Barbaren an Stirnrunzeln entlockte. Schnell ließ Harley sie los. »Axinia«, schnarrte Cormac. »Gesundheit.« »Corporal Ivanova, seien Sie so gut und bringen Sie uns bitte eine Kanne Kaffee und einen Imbiss aus der Kantine in mein Büro.« Auf dem Absatz wirbelte sie herum, schlug die Hackengänger gegeneinander und salutierte. »Sir, ja, Sir«, brüllte sie, dass ihr das Speichel von den Lippen sprühte, dann rannte sie los. »Oje, oje, oje«, stammelte sie auf dem Weg in die Messe. »Du bist einfach keine gute Soldatin. Für diesen Faustpass wird man mich bestimmt debattieren.« »Oh, nein, 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 nein. Dabei bin ich doch gerade erst befördert worden. Ein Glück, dass Mama und Papa schon tot sind, sonst hätte es ihm das Herz gebrochen.« Harley erreichte die Kantine, die bis auf das Küchenpersonal verwaist war. Ein älterer Mann musterte sie misstrauisch. »Mam, geht's Ihnen nicht gut?« »Nein, mir geht's sogar beschissen. Ich hab's vermasselt. Vermasselt hab ich's. Jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen. Ich brauch Kaffee, eine ganze Kanne. Nein, am besten zwei. Und Sandhexen. Ganz viele Sandhexen.« »Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht.« »Sie will listen.« Harley schnaubte abfällig, bevor sie losbrüllte. »Belegte Brote! Für Knöllchen! Äh, für den Körnel! Natürlich! Sie machte einen Knicks. Bitte!« Der Koch starrte sie an, als hätte sie den Verstand verloren. Gott, wie sie diese herablassenden Blicke hasste. Immerhin gab der Smoothie seinen Lakaien an Zeichen, und fünf Minuten später spazierte sie mit einem vollgepackten Tablett aus der Messe und schnurstracks ins Büro des Körnels. Mit dem Ellenbogen drückte sie die Klinke herunter. »Das übrig, als das Feuer zu veröffnen,« erklärte Korma gerade und lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück. »Es gab keine Überlebenden.« Knöllchen ein Auge gab ihr mit einem Wink zu verstehen, näher zu treten. Harley entschuldigte sich und schob sich zwischen Blondie und Barbie hindurch. Barbie! Harley musste sämtliche Willenskraft aufbringen, um nicht zu kichern. Dabei fiel ihr auf, dass die Menschenfresserin seltsam steif auf dem Stuhl saß und ins Leere starrte, als wäre sie gedanklich ganz woanders. Hatte Smitty nicht erwähnt, dass sie telefonisch begabt war? Knöllchen schien sich nicht daran zu stören, aber das mochte dem Umstand geschuldet sein, dass er ohnehin fast ausschließlich mit Blondie sprach. Harley schob das Tablett auf den Schreibtisch und verdrehte die Augen in Arolas Richtung, um ihm ein Zeichen zu geben. Dabei tippte sie auf die Kaffeekanne. Ein Auge nickte und reichte ihr seine Tasse. Anscheinend hat der gute Major Stekowicz die Nachricht von der Auflösung der SIS nicht besonders gut aufgefasst, ließ sich Drax schräg hinter Harley vernehmen. Aber was genau hatte ich jetzt eigentlich dazu bewogen, nach Miraka zu kommen? Nachdem ihr verschwunden wart, bin ich alleine losgeflogen, um euch zu suchen. Fast wäre ich selbst dabei draufgegangen, sagte Knöllchen, während Harley den Kaffee einschenkte. Ich konnte gerade noch entkommen. Leider ging dabei der Paralysator verloren. Paralysator. Meine Fresse. Allein schon bei dem Wort würde es mit dir einer abgehen. Ein Auge machte eine Geste, dass er genug hatte. Harley drehte sich zu Blondie um und hob fragend die Kanne. Der nickte eher, sagte, der Paralysator hat keine Wirkung erzielt? Harley konnte sich nicht helfen, aber irgendwie klang die Frage lauernd. So als wäre er nicht bloß neugierig, sondern besorgt. Nun ja, vollkommen wirkungslos war er nicht, sonst würde ich jetzt hier nicht vor euch sitzen. Aber es reichte bei weitem nicht aus, um das Erwachen der Stadt zu stoppen, deshalb bin ich hier. Gegen diese Stadt und ihr dunkles Herz brauchen wir stärkere Geschütze. Blondie beachtete Harley kaum, als sie ihm die Kaffeekasse reichte. Und was für Geschütze sollen das sein? Cormax' Blick huschte zu Arula. Erinnert ihr euch an das Tachyon-Prion-Wesen, das Vassrat zusammen mit den Siragippeneiern in den Bunker schaffen wollte? Drax bejahte. Du hattest gesagt, es wäre bei der Explosion vernichtet worden. Tja, so wie es aussieht, habe ich mich geirrt. Es hat die Siragippeneier gefressen und ist mutiert. Harley hörte nur mit einem Ohr zu. Sie drehte sich zu Barbie um und zuckte zusammen. War deren Blick eben noch ins Leere gedriftet, so war er jetzt direkt auf Knöllchen gerichtet. Purer Hass funkelte in den Augen. Dreckiger Dogger, brüllte die Menschenfresserin und sprang auf. Ihre Hand fuhr zum Schwertgriff und riss es aus der Rückenkralle. Harley, die mit einer ähnlichen Aktion gerechnet hatte, wollte ihr den brühheißen Kaffee ins Gesicht schleudern. Unterschätzte jedoch die Schnelligkeit der Barbarin. Ein Tritt fegte Harley die Kanne aus der Hand und ehe sie sich versah, legte sich der blanke Stahl des Schwertes an ihre Kehle. Doch bevor ihre Finger auch nur die Nähe des Knochenmessers kamen. Harley erstarrte. Nicht wegen der Klinge an ihrem Hals, sondern vielmehr wegen Blondie, der im selben Moment, als Barbie drauflos gezetert hatte, aufgesprungen war und seine Pistole aus dem Holster gezogen hatte. Die Mündung wies direkt auf Knöllchens Kopf. Und ich sag noch, entwaffne sie. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß mit dem kompletten Roman. Macht's gut und bis dann, euer Iren Rolfi. Jetzt sind wir aber am Ende. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören dieser Folge genauso viel Spaß wie ich beim Zusammenstellen. Lasst es mich gerne wissen. Dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn ihr uns auf YouTube hört, könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und unseren Kanal abonnieren. Oder noch einen Kommentar zusätzlich unter das Video schreiben. Ihr könnt uns bei Apple oder einem anderen Podcast anbietert bewerten. Und ihr könnt mir direkt auf blog.medrexicon.com einen Kommentar unter dieser Folge dalassen. Und natürlich könnt ihr den Poddrex mit allen Teilen, die nicht schnell genug weglaufen können. Podcasts verbreiten sich durch eine persönliche Empfehlung. Und ich bin euch für eure sehr dankbar. Bis dahin, Faijum Magare di Fese und ciao.